Servus, ich bin Axel Lee von Creative Edge The Gaming und ich zeige euch, wie ihr ganz einfach und kostenlos jedes Auto in GTA 5 Online einfach gratis bekommen könnt. Ihr braucht dazu nicht viel, nur eine volle Garage, das ist egal mit welchen Autos, es muss einfach nur voll sein und ihr braucht leider auch schon das Geld, das man halt eben für das Auto braucht. Das heißt, wenn ihr euch den Bugatti oder den Ella kaufen wollt um eine Million, braucht ihr diese eine Million schon auf eurem Konto. Ihr werdet sie aber nicht ausgeben, keine Angst. Ihr werdet das Geld ganz normal behalten und trotzdem das Auto bekommen. So, im Online-Modus geht ihr dann einfach zum Beispiel über euer Handy in das Internet und geht auf eine Webseite, die Autos verkauft, zum Beispiel legendarymote.net. Und wie ihr oben rechts seht, habe ich 2,34 Millionen Dollar und die werde ich auch gleich haben, obwohl ich mir den Cheater kaufe. Das heißt, ich bestelle mir den einfach und egal welche Farbe und auch egal welches Auto. Dann, wenn ihr eine volle Garage habt, müsst ihr ein Auto ersetzen natürlich und ich nehme hier einfach diesen hässlichen Banshee, den brauche ich eh nicht. Ich drücke nur einmal X und dann stelle es unten die Frage, willst du das Auto wirklich ersetzen? Da drückt ihr nicht, sondern geht einfach nur auf Start und dann in den Xbox Store oder in den Playstation Store. Das ist relativ egal. Das heißt, ich gehe hier immer eben in den Playstation Store und dann wird der ganze Playstation Store laden. Und sobald die Kamera, wie ihr seht, wechseln wir jetzt in den Playstation Store und sobald diese Kamera dann über der Start ist, drückt ihr einfach die ganze Zeit X oder halt eben A auf dem Xbox Control. Das heißt, jetzt X drücken, X drücken, X drücken. Ihr müsstet kurz ein Klicken hören und dann habt ihr den Kauf bestätigt. Das heißt, ihr habt das Auto gekauft, aber werdet das Geld automatisch gleich wieder zurückbekommen. Im Playstation oder Xbox Store geht ihr einfach wieder zurück. Dann kommt natürlich wieder dieser lange Ladebildschirm und ihr seid dann halt eben entweder in eurem Haus oder halt irgendwo in der Garage unten. Und dann sollte euer Auto dort unten stehen. Und wie ihr gleich oben seht, habe ich noch immer das gleiche Geld. Das heißt, der Cheater, dieses neue Auto, das ich mir halt eben geholt habe, steht hier drinnen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, eben Start drückt, dann seht ihr, dass ihr noch immer das gleiche Geld habt. Und zwar halt eben in meinem Fall noch immer diese 2,34 Millionen Dollar. Das heißt, ich habe ein gratis Auto bekommen und das könnt ihr natürlich mit allen Autos machen. Das heißt, ihr könnt gerne 10 Bugatti Vero aus in eurem Auto haben, in eurem halt eure Garage haben und damit dann herumfahren. Ja, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, einfach das Auto bestellen. Beim Ersetzen nicht auf 100%ig Ersetzen drücken, sondern halt eben einfach nur einmal X drücken. In den Playstation oder Xbox Store gehen und dann könnt ihr halt einfach, wenn ihr in der Luft setzt, das heißt, wenn die Kamera oben ist, drückt ihr einfach die ganze Zeit X oder A und dann solltet ihr das Ganze gekauft haben und trotzdem noch das Geld behalten haben. Gut, das war es. Mehr braucht ihr nicht. Jetzt könnt ihr schon herumfahren und viel Spaß. Falls es euch damit geholfen habe, würde ich mich natürlich über ein Abonnement freuen. Das heißt, einfach mal auf abonnieren klicken. Und ansonsten viel Spaß beim Fahren mit euren neuen Autos. Ciao, euer Axelie von Quality Fetch The Gaming.